GeForce Now und Day & Date Releases. Beziehungsstatus kompliziert, könnte man so sagen. Denn was passiert denn eigentlich, wenn ein neues Spiel rauskommt? Beispielsweise City Skylines 2. Erschienen 18 Uhr deutscher Zeit am 24. Oktober via Steam und auch im PC Game Pass. Ja, dann geht man ja eigentlich davon aus, es gibt ein Preload. Also warum könnte das Spiel nicht vorher schon auf alle GeForce Now gespielt werden? Warum hat man mit dem Entwickler oder dem Publisher nicht irgendeine Übereinkunft und kann das Spiel auch mal Playtesten vorher, ob es auf den Konfigurationen so funktioniert, wie das sein soll? Woran liegt es also, dass es dann erst am 25. Oktober 3 Uhr in der Nacht deutscher Zeit wirklich freigeschaltet wurde und dann auch nur via Steam freigeschaltet wurde? I don't know, vielleicht wisst ihr es, ich hab da so ein paar Vermutungen, aber das geht jetzt hier zu weit. Denn in dieser Woche, an diesem heutigen GeForce Now Donnerstag gibt Nvidia wieder bekannt in seinem Blog, dass man 15 neue Spiele heute auf die Plattform bringt. Heute? Ja, heute wirklich alle wieder freigegeben, aber da fehlt ein Spiel. Und ob das Spiel fehlt aus guten Gründen oder ob es andere Gründe hat, das klingt jetzt eher mystisch, aber ich werde nochmal meine Meinung, meinen Senf ganz am Ende dazugeben. Ich glaube, dahin wollte ich es gar nicht mit dieser Anmoderation. Hör mal auf damit, wir machen jetzt einfach los mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß! City Skylines 2 ist endlich spielbar bei GeForce Now. Ja, ich hatte es schon erwähnt, es ist zu spät gekommen, aber es ist da. Zu allererst über Steam. Jetzt sollte aber auch zeitnah die Xbox bzw. die Game Pass Variante, denn das Spiel ist ja am PC Game Pass enthalten, verfügbar sein bei GeForce Now. Und was bekommt ihr? Er bekommt ein wunderschönes Aufbauspiel, einen Sidi-Bilder meiner Träume. Ich könnte mich stundenlang reinlegen und Urlaub machen ohne Ende. Aber selbst im GeForce Now Ultimate hier muss ich zwingend ein paar Einstellungen runterschrauben, damit ich es wirklich gut spielen kann. All das habe ich schon erwähnt und euch gezeigt in meinem First Look. Schaut sonst gerne noch mal rein. Oben rechts ist es verlinkt. Im Hintergrund seht ihr auch schon ein paar Einstellungen. Übrigens, die ersten 100.000 Käufer der Steam-Version des Spiels bekommen einen Monat GeForce Now Priority, umsonst geschenkt vom Publisher Paradox Interactive. Alle Infos dazu gibt es in dem Link, den ich euch einblende und natürlich auch in den Shownotes noch mal bereitstelle. Also, vielleicht habt ihr ja noch Glück und gehört zu den ersten 100.000 Käufern. Bei mir hat es tatsächlich funktioniert. Und ich weiß schon, dass ich mit meinem Code anfange. Ich werde den verlosen. Nein, da kommt ein Video. Du befindest dich in einer postapokalyptischen Zukunft, in der die Menschheit von einer außerirdischen Bedrohung ausgeräutet wurde. Du bist einer der wenigen Überlebenden und musst dich nun durch Verlassene, von Mutanten verseuchte Raumschiffe kämpfen, um das Heiligtum zu finden, die letzte Hoffnung der Menschheit. Auf deinem Weg wirst du dich gegen Horden von Mutanten behaupten müssen, die sich ständig weiterentwickeln. Du musst deine Waffen und Ausrüstung anpassen, um überleben zu können und musst dich auf deine treue Petgun verlassen, um dich im Kampf zu unterstützen. RIPOUT ist ein Co-op Horror-Shooter, der dich stundenlang unterhalten wird. Begib dich auf eine einmalige Reise durch den Weltraum und kämpfe um das Schicksal der Menschheit. Neu bei Chiefers Now über Steam Spielbar. Blut wird fließen im Ego Slasher Ghostrunner 2, der ein Jahr nach den Ereignissen von Ghostrunner spielt. Erkundet die postapokalyptische Cyberpunk-Zukunft, die nach dem Fall der Schlüsselmeisterin spielt, die Tyrannin des Darmaturms, die letzte Zuflucht der Menschheit. Jack ist zurück und stellt sich dem Kult gewalttätiger KI außerhalb vom Darmaturm für die Zukunft der Menschheit. Unglaubliche Katana-Kampfmechanik, umfangreiche Erkundung der Welt außerhalb des Darmaturms, nicht-lineare Level mit Motorradabschnitten, aufregenden neuen Modi und die aus Ghostrunner beliebte Action. Außerdem sind Bosskämpfe interaktiver und Spielende können frei wählen, wie sie Kämpfe gegen die härtesten Gegner bestehen wollen. Das Spiel kommt neu am heutigen 26. Oktober via Steam zu Chiefers Now. Cricut ist in Deutschland ein Nischensport, international, aber ein richtig großes Ding. Und so kommt heute mit Cricut22 ein Spiel über die Xbox-Integration zu Chiefers Now, welches obendrein aktuell auch noch im Gamepass ist und welches vermutlich international mehr Spielstunden sammeln wird als in Deutschland. Cricut22 liefert das umfassendste und grundlegendste Cricut-Spiel, das die Fans wohl jemals gesehen haben, so zumindest die Eigenwerbung. Genießt den vollständig lizenzierten Ashes-Wettbewerb, der Höhepunkt der anhaltenden Rivalität zwischen Australien und England. Messt euch zudem in Australiens großem Big Bash T20-Wettbewerb, im äußerst innovativen The Hundreds in England, auf der tropischen Party der CPL in der Karibik und begebt euch auf das internationale Schlachtfeld mit vollständig lizenzierten Teams aus Australien, England, westindischen Inseln, Neuseeland und Irland. Deceive Incorporated gibt es bereits über die Steam-Integration bei Chiefers Now, jetzt kommt auch der Epic Game Store als weitere Plattform für das Spiel hinzu. Du gehörst zur Elite der Agentenwelt und musst in dem Multiplayer-Täuschungsspiel Deceive Incorporated unerkannt bleiben. Nimm das Aussehen anderer Personen an, nutze Hightech-Gadgets oder neutralisiere die Konkurrenz. Dishonored, entwickelt von den Arkane Studios, ist ein packendes First-Person-Action-Spiel, in dem du in die Rolle eines Attentäters mit übernatürlichen Fähigkeiten schlüpfst, der einen persönlichen Rachefeldzug startet. Eliminiere deine Ziele, indem du dir die zur Verfügung stehenden übernatürlichen Kräfte, Waffen und Ausrüstungsgegenstände mit Hilfe von Dishonoreds flexiblen Kampfsystem auf unterschiedliche Weise miteinander kombinierst. Das ursprüngliche Spiel aus dem Jahr 2012 könnt ihr ab sofort via Steam bei Chiefers Now spielen. Und auch die Definitive Edition von Dishonored steht euch ebenfalls zur Verfügung und zwar via Epic Game Store, Xbox und auch im PC Game Pass ist das Spiel gerade enthalten. Diese Komplett-Edition enthält nicht nur das Hauptspiel Dishonored, sondern auch die komplette Sammlung zusätzlicher Inhalte, Dunwall, City Trials, Knife of Dunwall, The Brickmore Witches und Void Walkers Arsenal. Übernehmt in Dishonored, Death of the Outsider, die Rolle von Billy Lurk alias Megan Foster, einst eine der berüchtigsten Auftragsmörderinnen von Dunwall. Wieder vereint mit eurem alten Mentor, dem legendären Attentäter Dort, führt ihr das größte Attentat aller Zeiten durch. Ihr tötet den Outsider, eine gottähnliche Gestaltung, die Billy und Dort als maßgeblich an einigen der unehrenhaftesten Momente des Imperiums ansehen. Während ihr euch tief in die schmutzigsten Ecken von Karnaka vorwackt, um das Geheimnis des Outsiders und seiner Herkunft aufzudecken, werdet ihr mit tödlichem Widerstand, uralten Mächten und schwierigen Entscheidungen konfrontiert, die die Welt um euch herum für immer verändern werden. Dishonored, Death of the Outsider, ist jetzt via Steam, dem Epic Games Store und der Xbox-Integration Spielwild Chiefers Now und auch aktuell im Game Pass enthalten. Schlüpft in Dishonored 2, erneut in die Rolle eines übernatürlichen Attentäters. Spielt euren Weg in einer Welt, in der Mystik und in Industrie aufeinanderprallen. Werdet ihr euch dafür entscheiden, als Kaiserin Emily Baldwin oder als königlicher Beschützer Corvo Azzano zu spielen? Werdet ihr euch unbemerkt durch das Spielkämpfen, das brutale Kampfsystem voll ausnutzen oder eine Mischung aus beidem nutzen? Wie kombiniert ihr die einzigartigen Kräfte, Waffen und Geräte eures Charakters, um eure Feinde zu eliminieren? Die Geschichte reagiert auf eure Entscheidungen und führt zu faszinierenden Ergebnissen, während ihr jede der handgefertigten Missionen des Spiels durchspielen könnt. Dishonored 2 ist jetzt via Steam, dem Epic Games Store und der Xbox-Integration bei GeForce Now spielbar und ebenfalls im Game Pass enthalten. Leckere Snacks, saubere Finger, Snacker, jetzt mit Durchblick. Egal ob Nüsse, M&M's, Knickknacks oder ganz neu, die Snacker eigene Nussmischung mit Honigsalz, Erdnuss. Ein echter Game Changer. Jetzt 10% sparen mit dem Code ZWIWAK. Snacker, leckere Snacks, saubere Finger. Bereits im März 2022 von Bethesda herausgegeben, jetzt über Steam, Epic Games Store und der Xbox-Integration, sowie im Game Pass, alles bei GeForce Now spielbar. Ghostwire Tokyo. Um was geht es? Tokyo befindet sich in den Fängen von übernatürlichen Mächten, nachdem die Einwohner durch das Zutun eines gefährlichen Okkultisten einfach verschwunden sind. Verbünde dich mit einem mächtigen Geisterwesen, das auf Rache sind. Meistere ein Arsenal von Fähigkeiten, um die düstere Wahrheit hinter den verschwundenen Bevölkerungen ans Licht zu bringen und stelle dich dem Unbekannten in Ghostwire Tokyo. In The Gunk spielt Rani die Hauptrolle. Sie gehört zu einem tapferen Du, das auf Weltraumtransporte spezialisiert ist und versucht auf einem unberührten Planeten voller Leben etwas Geld zu verdienen. Beide kamen auf der Suche nach wertvollen Ressourcen dorthin und haben offenbar das Große losgezogen. Denn während die beiden die schlummernden Geheimnisse einer zerrütteten Zivilisation aufdecken, müssen sie gegen die Ausbreitung eines toxischen Gunkparasiten ankämpfen und gleichzeitig verhindern, in eine Spirale anhaltenden Misstrauens hineingezogen zu werden. Verwende also deinen treuen Powerhandschuh, um der Verschmutzung ein Ende zu bereiten, ohralte Geheimnisse zu enthüllen und den Planeten zu heilen. Ihr Gang ist neu bei GeForce Now über Xbox und damit auch dem Game Pass spielbar. Heal It With Fire ist ein First-Person-Action-Spiel, bei dem es um Spinnenjagd mit möglichst viel Kollateralschaden geht. Denn um eine Spinne zu besiegen, musst du ihre einzige Schwäche ausnutzen, Feuer. Oder Kugeln? Oder Explosionen? Wurfsterne? Zerquetschen? Eigentlich so ziemlich alles. Aber das heißt nicht, dass es einfach ist. Erstmal musst du die Spinnen ja finden. Nutze modernste Spinnenortungstechnologie, um den Standort deines Opfers unter hunderten potenziellen Verstecken zu ermitteln. Stecke dann alles in Brand und zerquetsche die Spinde mit einer Bratpfanne, wenn sie rauskommt. Das ist wohl die einzige todsichere Methode. GeForce Now über die Xbox-Integration und ja, auch das Spiel ist aktuell im Game Pass. State of Decay 2 ist ein Survival-Fantasy-Spiel mit offener Welt. Nach einer Zombie-Apokalypse will eine kleine Gruppe Überlebender, zu denen du gehörst, ein Stückchen der Zivilisation wieder aufbauen und du sollst entscheiden, wie das geschieht. Du entscheidest, wer Teil deines Teams wird, wo deine Gemeinschaft sich niederlässt, wie er euch schützt und eure Basis weiter verbessert und wann es an der Zeit ist, weiterzuziehen. Du legst fest, welcher Überlebende dich auf Abenteuer begleitet, um Nahrung und Munition zu besorgen und wer zurückbleibt, um die Zombies abzuwehren. Es liegt auch allein bei dir, wer sonst noch in deine Stadt ziehen darf. Wirst du hilfsbereit sein und andere willkommen heißen oder wirst du dein Territorium aggressiv verteidigen? Die Juggernaut Edition von State of Decay 2 umfasst das Basis-Spiel, alle drei Add-ons, eine überarbeitete Grafik, einen erweiterten Soundtrack, eine brandneue offene Weltkarte und 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 und. Spielbar ab sofort über Steam, Epic Game Store und auch der Xbox-Integration sowie momentan im Game Pass enthalten. Führe rote und blaue Weppler aus uralten Ländern, gruseligen Orten und Fantasy-Welten in die Schlacht. Schau ihnen dann beim Kämpfen zu in Simulationen, die mit dem irrwitzigsten Physiksystem aller Zeiten erstellt wurden. Wenn du keine Lust mehr auf die über 100 verschiedenen Weppler hast, die dir zur Verfügung stehen, kannst du im Einheiten-Editor dann neue erschaffen. Das ist Totally Accurate Battle Simulator, neu bei Chiefers Now über die Xbox-Integration, auch aktuell im Game Pass enthalten. Alles bei Chiefers Now. Nachdem das Spiel Vampire Survivors bereits letzte Woche neu zu Chiefers Now über die Xbox-Integration gekommen ist, könnt ihr es ab dieser Woche auch über Steam spielen. Vampire Survivors ist ein Gothic-Horror-Casual-Game mit Rogue-Lights-Elementen, bei dem deine Entscheidungen hunderte auf dich zuströmende Monster, die eine Lawine überrollen können. Sammle bei jedem Durchgang Gold, um dir Upgrades zu kaufen, um den nächsten Survivor zu helfen. Ja, das waren also die 15 Spiele, die am heutigen Donnerstag neu zu Chiefers Now kommen. Übrigens, was auch bald neu kommen wird, sind bald die 3000 Follower, die 3000 Abonnenten hier bei YouTube. Momentan 2.910, danke schon mal euch allen 2.910, aber da fehlen noch 90, damit wir den nächsten großen Meilenstein hier zusammen erreichen und natürlich dann wahrscheinlich auch irgendwie eine kleine Spezial-Livestream-Party abhalten, whatever, I don't know. Aber wird sich zeigen. Aber jetzt mal zurück zum Chiefers Now Donnerstag. Es fehlt Alan Wake 2. So, und jetzt könnte man ja sagen, hmm, kommt am 27. Oktober raus, wird via Epic unterstützt, ist in der Monatsvorschau auch schon angekündigt worden, genau für den 27. Oktober. Warum wird es also in diesem Blogbeitrag nicht benannt? Weiß man etwa schon. Aufgrund der wirklich sehr, sehr hohen PC-Empfehlungen, dass es auch wieder hat das Spiel, dass es eventuell kritisch wird mit der eigenen Hardware und will das vorher einfach mal testen und sich deswegen keine Zielzeit nennen oder auch keine Veröffentlichung jetzt schon benennen? Gut möglich. Denn man hat nur bekannt gegeben, dass Alan Wake 2 bald zu Chiefers Now kommen wird. Ja, und bald, was ist bald? Bald ist beim Jahr übermorgen, bald könnte aber auch nächste Woche sein. Und im großen Kontext sind wir auch bald wirklich nur noch von grüner Energie umgeben. Ja, aber bald ist da ein ganz anderer Zeithorizont. Also, ihr wisst, was ich meine. Mir ist das zu unkonkret, zu genau. Warum könnte man nicht einfach transparent kommunizieren? Passt auf, Leute. Alan Wake 2 kommt. Geplant war das Spiel für den 27. Oktober. Aber aufgrund der zum Beispiel hohen PC-Anforderungen, aufgrund unserer Server-Infrastruktur, aufgrund des globalen Rollouts, verzögert sich das Spiel leider. Wir rechnen momentan mit Mitte Anfang nächster Woche. Das ist doch einfach ehrlich. Und wenn man auch das so kommunizieren würde, wir rechnen damit, dann legt sich vielleicht auch keiner fest. Ich weiß, Chiefers Now hat momentan echt Probleme, die Erwartungen zu entsprechen. Weil jeder weiß, wenn ein Spiel zu Chiefers Now kommt, dann ist das vielleicht dort die beste Möglichkeit, es zu spielen. Bei City Skyline 2 ist es so, aufgrund der hohen Anforderungen. Und dann ist natürlich die Erwartungshaltung seitens der Spieler auch, hey, 18 Uhr, wo ist das Spiel? Ich will es spielen. Und ganz ehrlich, ich hätte am Dienstag auch liebend gern schon eine Live-Stream hier, auf meinem Kanal gestartet. Mit euch zusammen, für euch zusammen, um in das Spiel reinzuschauen. Jetzt habe ich das halt erst gemacht, in meiner Mittagspause, am 25. Oktober. Ist vertretbar. Geht. Da habe ich kein Problem mit. Ich habe noch echt großes Real Life, aber ich verstehe jeden Spieler da draußen, der wirklich sehnsüchtig auf ein Spiel wartet. Ähnliches hatten wir ja auch schon mit Phantom Liberty. Die Erweiterung von Cyberpunk 2077. Und besseres Beispiel, alle Ubisoft-Titel, zum Beispiel The Crew 2 oder auch Assassin's Creed Mirage, waren sehr, sehr zeitnah via GeForce Now spielbar. Also es gibt schon Titel, da funktioniert das mit dem Day and Date Release, fast sogar in der gleichen Stunde. Aber es gibt einfach auch Titel, und ich erinnere mich zum Beispiel an Dead Island 2. Wow, da mussten wir aber lange warten, ey, das Spiel wirklich spielbar war. Hat natürlich da einfach den Grund gehabt, dass es eine besondere deutsche geschnittene Version gab. Und das wahrscheinlich bei NVIDIA, weil GeForce Now auch niemand am Anfang wusste, dass es für den deutschen Markt eine Sonderlösung geben muss. Die gab es ja dann auch. Und es hat ja auch funktioniert. Aber wir wissen ja alle, wir Gamer sind wirklich nicht so geduldig. Jetzt habe ich hier wirklich einen ziemlich, ziemlich langen Monolog gehalten. Das hatte ich auch so gar nicht vor. Was denkt ihr denn aber? Was könnten die Gründe sein, warum es bei GeForce Now nicht klappt mit den Day and Date Releases? Warum man zum Beispiel auch LMWG 2 nur als bald angekündigt hat und nicht wie geplant für den 27. Oktober. Und ja, nicht vergessen, es sind ja trotzdem noch 14 andere Spiele gekommen, neben City Skyline 2. Was davon ist euer Highlight? Ich meine, da war ja einiges dabei. Auch wieder schön aus der Xbox-Sparte. Also, schreibt es mir gerne wie immer unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon mal dabei seid, schaut mal, ich habe ja eine super neue Einblendung gemacht. Also, wenn ihr wollt, Support ist kein Mord. Das ist einfach so ein schöner Satz. Deswegen habe ich ihn aufgeschrieben. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Wenn ihr unbedingt wollt, macht einen super Flanks draus. Ich freue mich über alles davon. Ganz ehrlich, könnt ihr wissen. Und ich lese nach wie vor jeden Kommentar. Ich schaffe es nicht immer zu antworten. Das ist einfach so. Aber ich freue mich immer, wenn ihr euch beteiligt. In diesem Sinne, es war heute wirklich sehr, sehr lang von mir hier mein Outro. Sorry dafür. Kommt nicht wieder vor. Vielleicht ja doch. Wir werden es ziehen. Übrigens nicht vergessen. Letzten noch. Wirklich. Dann lasse ich euch in Ruhe. Dann lasse ich euch wieder gehen. Nicht vergessen. Diesen Freitag, 27. Oktober, spielen wir live CityScaner 2 hier auf meinem Kanal. Also kommt rum. Cloud City Teil 2. Bis dahin. Adieu. Ciao. Dieses Video ist eine Produktion der Beautiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkenn und Geek Music. Zwieback.